Mein Name ist Nils Ulrich, ich bin von der liberalen Hochschulgruppe, wie die meisten, die auch wissen. Und wir haben heute für unser Event Herrn Dr. Christopher Gohl eingeladen. Wir machen hier jährlich ein Event letztes Jahr mit Herrn Feld und dieses Jahr eben mit Herrn Gohl. Er ist aktuell tätig an der Universität Tübingen als Mitarbeiter in dem Feldethos-Institut. Er ist aber eigentlich viel bekannter durch sein liberales Engagement. Er ist Mitglied bei der FDP seit 1990 und hat letztes Jahr auch bei der Bundestagswahl für diese kandidiert. Leider mit einem Ergebnis, was nicht ganz so glücklich war und letztendlich zu der Konsequenz geführt hat, dass die liberalen Thesen in der politischen Debatte schon sehr fehlen. Deswegen machen wir unter anderem auch solche Veranstaltungen wie die heutige. Herr Gohl steht für einen Liberalismus, einen modernen Liberalismus, wie er sagt, einen ganzheitlichen, der eben nicht nur versucht, den Wirtschaftsliberalismus, sich auf diesen zu fokussieren, sondern diesen in einen größeren Zusammenhang einzubilden. Ich glaube, er war bis Frühjahr 2012 Leiter der Abteilung für politische Planung bei der FDP in Berlin und im Prinzip als Vordenker und wichtigster Berater von Christian Lindner bekannt, der heute bekannter war, von der er bei der FDP in Berlin ist. Und im Prinzip möchte ich dann auch schon ihm das Feld überlassen, möchte ich euch aber noch formalerweise darum bitten, euch in die Teilnehmerliste einzutragen, denn die Veranstaltung ist aus Mitteln des Landes Baden-Württemberg finanziert und nun, wenn wir möglichst viele Personen dort stehen haben, können wir solche Veranstaltungen auch in den folgenden Jahren garantieren. Gut, die gebe ich um und überlasse das Feld. Ja, schönen Abend, herzlichen Dank für die Einladung nach Konstanz, der ich nach einer Vorgeschichte im Mai diesen Jahres dann auch gefolgt bin. Wie ihr vielleicht wissen, bin ich ja erstmal sozusagen nicht auf den Campus gelassen worden, aus bestimmten Gründen, zu parteinahen. Die Begründung ist oder anderem, dass ich über Demokratie und Freiheit rede und die FDP in ihrem Wahlprogramm zur Europawahl auf Demokratie und Freiheit behandelt. Ich habe also einen Zusammenhang hergestellt, der dann die Verschiebung notwendig gemacht hat. Ich freue mich deswegen trotzdem, dass es am Ende des Semesters noch stattfinden kann und schätze sehr, dass Sie da sind, weil ich weiß, wie am Ende des Semesters sozusagen andere Prioritäten ziehen und wie die Prüfungszeit noch sie zukommt und wie auch zumindest Semester Müdigkeit einsetzt. Das darf ich zumindest auch von mir behaupten. Aber ich freue mich, dass Sie hier sind. Ich möchte mit Ihnen heute diskutieren über mehr Schweiz, mehr Demokratie, mehr Freiheit. Damit fragen wir vor allem auch die politische Freiheit, über die soziale Freiheit oder andere Freiheiten sprechen. Aber das Ganze eher so aus der Organisation, der Demokratie und der freiheitlichen Kultur, die möglicherweise dort herrscht, aber auch kritisch diskutieren wollen, anschauen. Erstens, warum eigentlich in die Schweiz rufen? Was bewegt uns eigentlich? Ich meine, Sie sind ja häufiger in die Schweiz, hier an der Industrie, das ist ein deutscher Teil, aber wenn Sie sich am See gewohnen, dann gehen Sie ja nicht häufig rüber in die Schweiz. Das geht der Preis der Republik ja nicht unbedingt so. Manchmal schaut man in die Schweiz, wenn man rechaviert über die direkte Demokratie. Manchmal, wenn man irgendwelche Steuersünder sucht, aber selten schaut man in die Schweiz. Mit gutem Absicht entstand es dieser Tage. Aber die Schweiz ist natürlich eigentlich ein ganz faszinierendes Land. Und was uns genau daran fasziniert, daran möchte ich Ihnen eins kurz aufschließen. Da möchte ich ein bisschen was anschauen zur demokratischen Organisation der Schweiz. Und die demokratische Organisation hat auch schon was mit Freiheitsorganisationen zu tun. Mit der Frage, wie wir der Freiheit einer Ordnung geben. Eine politische Ordnung im Föderalismus, in der Organisation. Der Vielfalt. Und dann würde ich also anschauen, so Elemente der freiheitlichen Kultur, die es in der Schweiz gibt. Und dann ganz kurz, das war es eigentlich nur so, zur Diskussion angehen. Insgesamt war ich Sie davor zu erwarten, dass ich ein Schweizkenner bin. Ich bin kein Schweizkenner. Ich kenne die Freiheit und mich interessiert die Schweiz. Und ich habe lange viele Freunde da, meine Großeltern in der Schweiz wohnt nach Zürich. Insofern ist mir das von Kindheitsbeinen anvertraut. Die Schweiz haben viel Urlaub gemacht und die Schweiz fasziniert und interessiert mich. So wie intellektuell als auch politisch. Aber ich bin kein Schweizkenner. Also wenn Sie Spezialfragen haben oder so, dann auch nicht, dass unter Ihnen noch bessere Schweizkenner sitzen. Genug der Vorrede. 80% der Schwaben wollen Schweizer werden. In unserer Tage in der Zeitung zu lesen. Umfrage zu starken Gästen. Peitschen per Wahlmacht. Kavallerie, Mann aus der SPD, Herr Steinbrück aus Nordrhein-Westfalen, wollte ja eine Karolerie in der Schweiz anrücken. Jetzt haben uns die Deutschen plötzlich gern, wenigstens die Süddeutschen, wenn wir laut einer Umfrage möchten, über 80% der Zingwahrhundungen und Einwohnerverbanden bleiben, zur Schweiz verheben. Und jetzt frage ich mich einfach mal, was hätten Sie, wie halten Sie es, würden Sie gerne in der Schweiz wohnen? Machen wir, ist das ein Ja? Ich habe eine Zwischenfrage. Ja. Was ist denn die Quellerrennung? Die Quellerrennung? Nicht der, nicht der Ausdruck, sondern wo ist es publiziert worden? Das im Blick. Das war in der Schweizer Zeitung, genau. Wobei, das ist in der Tat die richtige Frage, kommt gleich noch drauf, auf was die sich beziehen. Die haben die Umfrage gemacht durch ihren Lesern. Jetzt sehen wir nicht mal, ist das Pondon der Bildzeitung, oder? Genau. Pondon der Bildzeitung und die schwäbische Zeitung, weil das Pondon oft auch an dem Doppelpass gespielt. Erst hat die Welt großen Artikel gestimmt, muss ich gesagt. Deutschland ist eher wie die Schweiz. Ich weiß nicht, ob ich es habe. Bayern passt besser zur Schweiz als zu Deutschland. Das war die Ursprungsmeldung von ein paar Tagen in der Welt. Kaum auch so, so Höhle, Höhle, die Mordrate, Lebenswelt, den Ball, den Ball, den Ball, oder kommt der Schweiz nahe, mit Nord- oder Ostverschland, das ist kaum vergleichbar. Und daraufhin hat dann die schwäbische Zeitung, der Blick, Doppelpass gespielt, und der ist hier mit Amazon oder auch so. Aber ich frage Sie, wie halten Sie es mit? Der Schweiz würde sie gerne in der Schweiz wollen. Und wenn ja, warum? In der Schweiz möchte ich persönlich nur holen, wenn ich so viel Geld habe, dann ist es unabhängig. Dann kann ich auch eingehen, die Gesellschaft gewinnen, ansonsten muss ich es nicht. In der Schweiz unabhängig sein, das ist ein wichtiges Stichwort, weil wir über die Unabhängigkeit viel reden. In der Tat muss man und sollte man finanziell unabhängig sein, wenn man in der Schweiz leben will. Also wenn ich in der Schweiz wohne, als Deutscher weiß ich es nicht, also man muss es ja dann auch ausnennen, und man wird als solche auch gleich mal erkannt. Ich sage nicht, dass die Schweizer fremdenkantig sind, aber man ist halt doch irgendwie, naja, es ist schwierig, ich kenne auch an den Deutschen, in der Schweiz wohne, es ist schwierig, es ist ja doch Freundeskreis entsprechend zu finden, und man ist halt anders. Und insofern finde ich die Frage, da gibt es verschiedene Anfragen. Ich muss es vielleicht auch präzisieren, denn die Frage war hier in der Tat nicht, also wollen wir uns hin in die Schweiz, sondern man sollte sagen, waren Lundberg Teil der Schweiz werden? Oder Bayern Teil der Schweiz werden? Und dann hat die schwäbische Zeitung eben fragt, sondern waren Lundberg erst mal in Lundberg die Schweiz verstärken? Im Prinzip, ja, die Schweiz müsste an unsere Freiretage benennen, das wäre praktisch, mehr Freiretage sind gut. Nein, 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 das ist jetzt die Sonskriege gegen die Linke, der liegt zu gewinnen, ja, unbedingt, es wäre eine Gefahr von Preußens, von Norddeutschen, also, mit etwas, great on source, ein bisschen der Auftakt, ist nicht recht, es ist an so, es ist an so, es ist an so, aber Gott sei Dank wird diese Diskussion natürlich ab und zu mal gefühlt, ich kenne die Partei, und auch die liberale Parteifreunde, die immer wieder sagen, Mensch, der Schweiz beitreten, das ist ja so. Warum wird eigentlich Europa, warum tritt Europa nicht der Schweiz? Warum übernehmen wir nicht die Strukturen und das kantonale, das dezentrale System der Schweiz, das ist ja alles drin, was wir uns für Europa eigentlich auf, für die Argumentation, die Schweiz würde sich natürlich bedanken, ich meine, die würde sich auch hier bedanken, ist die Schweiz, denn Mechel, Baden-Lundberg und Bayern sind die Weidrechen, weil sie eine verdreifachende Staatskriege und ich glaube nicht, dass die Schweizer sich damit, also ich habe so viel mehr zu bereuen, wenn man sich das anschaut, es wäre natürlich eine gewaltige Wirtschaftsmacht in Europa, der sofort unter dem Top 3, denn es hat sehr reiche Regionen natürlich, die Region Bayern natürlich, die Region Bayern-Lundberg, sehr starke Region, und die Schweiz, nur Finanzkraft, also das sind nur, ich sage mal, Sommerlauchspiele hier, aber sie haben eben den Hintergrund, dass man auch sozioökonomisch sieht, dass die in bestimmten Hinsichten Bayern und Bayern-Lundberg, in der Schweiz gemeinsam, aber mit dem Rest der Deutschen Republik, so sagt zumindest in der OECD-Studie, entgegenwürdig Beschäftigungskosten und Löhne, vergleichbare Wirtschaftsleistungen, übrigens auch sehr mittelständisch gekriegt, auch in der Schweiz, die Schweiz ist ein Mittelstandsland, das die Ökonomie angeht, er hat auch mehr, trotzdem da ist er mehr, mittelständische Weltmarktführer, als Deutschland, aber schon absolut sehr weit an der Spitze, aber wenn man das ins Verhältnis setzt, zur Gesamtgröße, dass die Schweiz eben auch für den starken Mittelstand beträgt, hohe Arbeitsmoral, nie so die Mordtage, gut, da sind dann schon, da suchen Sie nach Elementen, wie das zusammenpasst, aber man darf sich fragen, in Europa, wo die Grenzen fallen, also fühlt sich ein Süddeutscher, zumal hier am See, nicht ein Schweizer näher als dem Ostfriesen, dem Schleswig-Holstein oder dem Sachsen, und dann gibt es das Argument, ich habe es angedeutet, dass die Schweiz als sogenannte Willensnation, als eine, aus der Freiwilligkeit, der Freiwilligkeit hervorragende Beschluss, so etwas wie ein kleines Europa ist, immer wieder ernsthafte und weniger ernsthafte Argumente, zum Ernstfaktor uns jetzt jährlich, die haben es schon geschafft, mehr Sprachlichkeit, sozusagen im Alltag zu haben, häufig sagt man ja, ja, europäische Demokratie, kann nicht funktionieren, weil es sprechen ja alle unterschiedliche Sprachen, und eine wichtige Voraussetzung von Demokratie ist, dass alle entdehren, und die gleiche Sprache sprechen, und es eine gemeinsame Öffentlichkeit gibt. Auch in der Schweiz, kann man sehen auch, also Alemanisch, Französisch, Schweizerdeutsch, Französisch, Italienisch, und in Teilen natürlich auch Retro-Romanisch, reine Heilsprachen, sagen die Leute, Retro-Romanisch sprechen, wenn wir ja ungültig haben, als wir das sehen würden, aber diese Mehrsprachigkeit ist in der Schweiz schon da, und jeder vierte Einwohner, immerhin, hat einen ausländischen Pass, das ist weit mehr, als in Deutschland der Fall ist. Deutschland hat etwa 8 Millionen Einwohner mit einem ausländischen Pass, wobei auch in Deutschland jeder Neid, jeder Vierter einen Migrationshintergrund hat mittlerweile, aber eben dann Deutscher geworden ist, das heißt in der deutschen Pass hat, vergleichbar, jeder Vierter Einwohner hat einen ausländischen Pass, würde für den deutschen Pass 20 Millionen Ausländer ohne europäischen, äh, um deutschen Pass haben, wir haben aber de facto etwa 8 Millionen, das heißt, der Einwohner-Antrag mit dem Ausländischen Pass ist schon sehr hoch in der Schweiz, darauf kommen wir später noch ein paar Mal zurück, das ist auch, ich meine, auch kritisch zu hinterfragen oder kritisch zu bewerten, was das heißt. Ja, dann die kundische Organisation durch Kantone, kommen wir nach, ein bisschen mehr, der freie Verbundautonomer Mitgliedsländer, ähm, es ist eben ein Bund der Bünde, äh, Beispiel, Graubünden ist besonders, äh, anschaubar hier, äh, es, Graubünden ist selber entstanden aus dem Bundesoberen Bundes, des Gotteshausbundes und des Zehngerichtenbundes, so lese ich zumindest nach, eine ganze Reihe von dezentralen Bündeln, das heißt, von Zusammenschlüssen, ähm, von Bürgern, von Eidgenossen, die, äh, sich eben zusammen verbünden, die gemeinsam dann etwas verreichen, äh, aber sozusagen von unten her, ja, vom einzelnen Bürger her, sich zu bünden, in den größeren Bünden zusammenschließen und, ähm, dadurch, also nicht irgendwie oben zentralstaatlich geeint werden oder in eine starke Zentrale, sondern eben, eigentlich durch den freiwilligen Entschluss, sich zu vereinen, sich zu verbinden, manche sprechen, vereinfachtliche Staaten, die sagen, Eidgenossia, also, äh, doch starke, dezentrale, politische Einheit. Und dann sagen, wir haben unser London, Zürich, wir haben unser Paris, wir haben unser Brüssel, das ist Berlin, wir haben auch unseren Ludwigshafen, die Industrie, ähm, Stadt Basel, äh, und nochmal unser Luxemburg, das ist Zug, das heißt, wir haben eigentlich alles, was wir in der Schweiz haben, in Europa schon, und, ähm, wir brauchen nicht deswegen Europa so auch. Aber das macht sich auch spannend für die Europäer, um zu schauen, weil Europa auf der Suche nach sich selbst, hat wenig Vorbilder, hat wenig, oder gibt es natürlich die Vereinigten Staaten von Amerika, die man sich anschauen kann, aber eben dann die Schweiz, das ist Beispiel, wenn man sich schauen, wenn man schauen, wie sich Europa entwickelt, und in welche Richtung, welche Elemente es aufnehmen soll, dann sucht man natürlich, auch bei der Schweiz nach Lehren für die europäische Organisation. Ein Interesse, das ich mitbringe, an der Schweiz, dass sie mich fragt, wie sieht es eigentlich aus, ich vermute, man vermutet so, es gibt da so eine, so eine enthaltene Selbstbestimmung des Eigensinns, eines eidgenössischen Selbstbewusstseins, eines auch eines bürgerlichen Selbstbewusstseins, was schon einem ins Auge springt, wenn man in die größeren Städte, wird wirklich so städtisch, im bürgerlichen Eigensinn, dann auch offensichtlich, aber mit den Sprachen, mit den unterschiedlichen Kantonen, es ist auch, hier wird Vielfalt organisiert, das ist eine spannende Frage für Liberale, wie organisieren wir ein Nebeneinander, ein Miteinander von einer vielfältigen Gesellschaft, von einer Gesellschaft, die bunt ist, wo es unterschiedliche Traditionen gibt, die wir dann zusammenbringen wollen, die Solidarität organisieren müssen, aber dann natürlich besonders hervorstechend in der Schweiz die Demokratie, die Frage, wie organisieren die, ihre Demokratie, das ist ja immer mal wieder en vogue, zu sagen, Mensch, die Schweizer, machen mehr direkte Demokratie, müssen wir doch auch machen, wie sieht es damit aus, also der supergarde Bürger, der im Mittelpunkt der Demokratie steht, was können wir da lernen, hat ganz offensichtlich nie die größere Stollern, als in Deutschland, und hat trotzdem, oder Westfäng, oder wie auch immer, es zu einigem Wohlstand gebracht, wie steht es eigentlich damit, das interessiert, das interessiert ja auch alle, das fragen die auch, ich habe es live erlebt, ich trage es nicht als erstes, dass sie die Demokratie der zivilen Möller mehr, aber eben auch relativ stark ist, also hat seit Jahrzehnten von denen, die bei Wahlen, ständig, die FDP ist aber mittlerweile trotzdem, weil sie ist immer noch zweistellig, für eine FDP, die in Deutschland nach Orientierung sucht, bei den funktionierenden liberalen Parteien, die schaut dann natürlich auch zur FDP in der Schweiz hin, wobei wir, was wir in der FDP in der Schweiz gesehen haben, gesehen, dass sie eine Fehleranalyse hatten, die nicht unähnlich der FDP in Deutschland war, nämlich, dass sie sich zu stark fokussiert aufs Ökonomische, dass sie zu stark staatsfeindlich agiert, dass sie dann nicht mehr glaubwürdig ist als eine staatfragende Partei und dass sie sich um ökologische Verantwortung, soziale Verantwortung zu wenig gekümmert hat. Das ist Selbstanalyse oder Außeselbstanalyse der FDP in der Schweiz, der auch nicht für Deutsche Rund, und lange auch für Deutsche Rund 2011, als für den Diabon der FDP in der Schweiz, doch zuvertraut. Ja, und mit ein paar Sachen, sagen, zur demokratischen Organisation, der Schweiz, in der demokratischen Organisation kriegt sich das Vorverständnis von politischer Freiheit aus. Wie organisieren wir politische Freiheit? Und Demokratie ist für, mindestens für Graswurzel-Liberale aus Bayern-Mittwerk, eben die logische Konsequenz von Selbstbestimmung, die mit anderen dann zu Mitbestimmung wird. Also, wie organisieren wir Mitbestimmung? Als logische Konsequenz dessen, dass sie von selbstbestimmten Menschen ausgehen. Der Ansatz ist für Liberale schon gar nicht so selbstevident, gar nicht so selbstverständlich, wie er süddeutschen Liberalen mir zusammenscheint. Weil viele Liberale eben auch fürchten, dass Demokratie halt das Mehrheitsprinzip ist. Das heißt, die Mehrheit entscheidet gegen die Minderheit, über die Minderheit und kann dann auch die Rechte der Minderheit verletzen. Und im Übrigen haben sie es bei demokratischen Entscheidungen kollektive entscheiden, während doch vieles im Einzelnen selbst überlassen bleiben soll. So die Argumentation der liberalen Demokratiekritiker und skeptischen überheimlichen Parten. Dazu gehört auch, dass in anderen Teilen in Deutschland Demokratie etwas ist, was den Eliten vorgehalten sein soll. Oder was am besten aufgehoben ist bei Konervationen, wie es in der FDP immer auch gegeben hat, die gibt. Das heißt, die glauben, dass sie besser als der Pläps Bescheid wissen. Und deswegen so eine repräsentative Demokratie eigentlich auch ganz viele Sachen ist. Diese Argumentation ist in der FDP Deutschland auch verbreitet. Insofern finde ich spannend, was kann man eigentlich lernen über das Freiheits- und Demokratie-Verständnis über die demokratische Organisation, über die Organisation sozusagen der demokratischen Freiheit in der Schweiz. Zulich ist es wie in Deutschland auch ein föderales System. Allerdings vielmehr wir schwitzen über 16 Bundesländer und fragen wo können wir die vereinheitlichen, wo können wir die zusammenführen, wie können wir kleine Bundesländer zusammenführen, große Bundesländer. In der Schweiz gibt es 26 Kontrollen. Die sind alle relativ klein nach deutschen Verhältnissen. Durchs Zulich 1 Millionen plus Euro und Zulich nicht die Schärfste sondern der größte Raum und Zulich und Uri die kleinste Kontroll 35.000 Euro. Da sind beide im Ständerat mit zwei Stimmen vertreten wie Kalifornien und Connecticut sozusagen der Anteil dann im Repräsentantenhaus im Nationalrat ein ganz anderer ist als im Ständerat im repräsentativen System wo die Kantone vertreten sind. Also was man hier sieht ist die lassen dann auch viel mehr Verteilung und Dezentralität ein. Es hat Zusammenführung gegeben auch schon von der ganzen Weile da bin ich auch nicht wirklich froh insofern das Thema 26 Kantone und das bei 8 Millionen Einwohner also schon eine ganze Menge und auch sehr bunt allerdings ist die Schweiz natürlich auch insgesamt von ihren Traditionen her und von ihrer Sprachvielfalt her schon relativ bunt das ist schon eine Vereinfachung diese Karte die Sprachen habe französisch deutsch romanisch italienisch ich habe noch viel komplexere Karten gesehen das liegt natürlich auch ein bisschen an der Landschaft nicht so flach ist wie die panomobische Tiefebene wo alles alles vom Horizont bis zum Horizont der gleiche Regen die unterstanden ist sondern wenn man verschiedene Täler hat verschiedene Regionen die biografisch schon begrenzt sind dann entsteht eben auch die zentrale Einheit ist eine Beobachtung die für Deutschland schon gemacht hat für den deutschen Süden die ähnlich Alex Peter Will gemacht hat in den USA also für die Geografie die demokratische Organisation beeinflusst also es entstehen mehr politische Einheiten sozusagen selbstverwaltende Einheiten wenn wir eine Geografie haben die das gewünscht jetzt haben wir noch was zweites bei Geografie in der Schweiz und das ist dass es eigentlich viele unschätzen gibt und das heißt die Hauptressource auf der Schweiz sind eigentlich der Fleiß und der Geist der Leute das ist was anderes wenn ich in fruchtbaren Gegenden in Nordrheinland wenn ich dort große Felder habe wenn ich dort viele in Reichtum Grundkammern habe wenn dann die Landwirtschaft die stark sind dann fällt dieser Zwang wenn es viele Kinder gibt viele Landeskinder fällt dieser Zwang würde das Ingebildo und dessen Geist zu achten und zu würdigen natürlich auch raus das heißt die Schweiz ist durch ihre Geografie sicherlich dezentral geprägt den Einzelnen auf seinen Beitrag zur Gemeinschaft aus Man hängt voneinander ab und man hängt in kleinen Einheiten voneinander ab Wie da war jetzt die CH steht für Konfederatio für die Schweizerische Eichgenossenschaft in Langem zurück auf den Rüttli Spur 1. August auf der Rüttli Wiese und bei Etwas Institut arbeitet im Namen für Professor Hans Kühn der in seiner Jugend der Schüler war der einen dieser 1. August den Rüttli Spur vorlesen durfte ein prägendes Erlebnis für ihn weil es da auch viel um Freiheit geht an die Frage mit uns zusammen unsere Freiheit zu sichern seit 1848 das hat man verschiedene Metamorphosen gehabt diese Konfederatio der WTK und ist seit 1848 als Bundesstaat organisiert und wenn man sich so ein bisschen anschaut was es für typische Demokratie eben gibt dann sind die eben auf allen Ebenen stark ausgeprägt bespannende Formen da komme ich zum Teil später auch zum Bereich der Kultur wir haben eine repräsentative Demokratie natürlich wie wir auch in Deutschland ein Zweikammensystem mit Parteien mit der Nationalrat mit der Spenderat ebenso dann Parlamente in den Kantonen plus sieben Bundesräte die als Kollegialbehörde arbeiten da ist noch ein 8er dabei natürlich auf 8 Bundesräten der Kanzler der Bundesräte die als Kollegialbehörde egal von welchen Parteien sie sind eben immer zusammenarbeiten und die nach dem Kollegial Konkurrenz Konzept aber das heißt die unter sich sehr nach Konsens suchen auf Konsens ausgelegt sind auch nur im Konsens eine Chance haben in den Kammern da komme ich später auch immer drauf die sind eben in der Regel Kamilienparlamente also das heißt da sitzen Parlamentarier die eigentlich was anderes zu tun haben die auch politiker sind und die sich in ihrer freien Zeit in der Zeit die sie freimachen um Politik kümmern dann gibt es vor allem dafür kennen wir nun und schauen wir mal bis zu der Vorstellung dass die Schweiz sozusagen geprägt ist von der direkten Demokratie schauen wir sind wir die direkte Demokratie hier haben Politikwissenschaftler mehrere tausende Instrumente gezählt das ist nun nicht ganz also eine dramatische Zahl die sich so erklärt dass die natürlich viele Auspräge also viele Proben und Zuständigkeiten jeweils extra gewertet haben so dass man auf ein paar tausende Instrumente der direkten Demokratie kommt im Prinzip geht es natürlich um die gleichen Elemente ganz starken Initiativen das ist um das wo Unterschrift gesammelt werden damit sich mit einem bestimmten Thema zur Abstimmung kommt oder ein bestimmtes Thema im Parlament behandeln wird es geht sehr viel um Entscheidungen Entscheidungen zu Beteiligung wenn Entscheidungen gefällt ist die Bürger nicht gefällt dann können sie die Frage stellen und es geht auch viel um Direktwahlen zum Beispiel Landesminister Kantonalminister das ist ein vielfältiges Instrument die direkte Beteiligung an Entscheidungen in der Schweiz dann haben wir eine Kultur der Bürger Beteiligung das muss man in Anführungszeichen Beteiligung sagen wir das so hauptsächlich denken auch im Bereich Infoweller Verfahren das ist bei denen so eine Kultur der Konsenssuche der Gespräche die die Verwaltung führt die Parteien von Politiker führen in diesen weniger entscheidungsorientierten Instrumenten geht es um Verständigung also einander zuhören voneinander lernen voneinander was für die Sache lernen die zur Diskussion steht Beratung Beratung von Entscheidern die sich selber auch informellen Konsultationen beraten lassen von Betroffenen jetzt auch Betroffenen und natürlich danach auch um gemeinsame Abrede von Lösungen jenseits von Parlamenten also um Veränderung Konsens mit betroffen diese Konsensorientierung ist insgesamt stark ausgeprägt ich glaube ich habe immer mit dem Schweizer drüber und da hat mir gesagt mir fällt das gar nicht so auf dass wir Bürgerbeteiligung haben das was wir als Bürgerbeteiligung für besonders halt gehört uns zur demokratischen Kultur zur Gesprächskultur dann starkes Bürgerabredement für ein vielfältiges Gemeinwesen da komme ich später noch mal drauf der Ehrenamtsanteil ist relativ hoch und das Gewichtssystem was dahinter steht da komme ich noch mal drauf und dann natürlich die Bürgerorientierung ein Schlagwort aus der deutschen Debatte wo die Verwaltung sich an Bürgern orientiert aber das gehört in der Schweiz gerade mit ihren dezentralen Gemeindestrukturen stark dazu dass Bürger mitsprechen dass die Gemeinde im Dienste den Bürgern unterwegs ist nämlich ein Obrigkeitsstaat wie gesagt direkte Demokratie ist beteilig und beschützen da gibt es jetzt natürlich ein paar bekannte oder auch notorische Entscheidungen die uns dann diese direkte Demokratie sichtbar machen wo wir dann zweifeln ob es eine Idee ist muss man die Leute überfragen und entscheiden die was blöd ist oder was illiberal oder nicht tolerant ist das möchte ich später auch mal ein bisschen problematisch denn zunächst möchte ich heraussehen es gab viermal Konsultation seit 2006 nach oder entscheidet über den Bau der alten Transversale das genau nicht diese neue Trasse wo der Gott hat nur ein Teil das Transversale ist aber das heißt da gab es ein großes Infrastrukturprojekt und darüber wurde abgestimmt die Abstimmung am Anfang des Projektes nicht in Deutschland wie jetzt nachher bei Stuttgart 21 hinterher geschoben mit sehr umständlich mittel herbeigeführer Entscheid in Baden-Ungalb über Stuttgart 21 das findet bei den Planungsverfahren in der Schweiz von Anfang an sehr viel früher statt und die werden auch anders vorbereitet dieses Vernehmelassungsverfahren wo in einem vergleichbar vielleicht mit der Präsentation die wir haben bei Planungsverfahren wo aber frühzeitig Bürger angehört werden und Bedenken und Ideen aufgenommen werden in dem Planungsprozess weil man weiß dass man einen Konsens einen weit und auch tiefgehenden Konsens durch alle Ebenen hindurch erreichen wird das heißt wenn so eine Translagerie die wird natürlich schon zentral geplant die ist ja größer als einzelner Kanton oder vor allem auch als einzelne Gemeinde aber die Planer bemühen sich um eine Verständigung mit den Bürgern mit den Bedenkenträgern auch vor Ort in dem Wissen das sonst natürlich auch blockiert werden kann das heißt nicht dass die allen stattgeben können das heißt aber dass die besser informiert von Betroffenen Entscheidungen treffen können die angemessen auch bestimmte Bedenken von vornherein adressieren logische Bedenken oder landschaftsfrauliche Bedenken oder natürlich dann auch deutlich machen können was was kostet das heißt die Diskussion kann natürlich wesentlich zu von CETA geführt werden auch die Planung kann der von CETA erfolgen es setzt aber immer voraus natürlich dass sich alle Seiten im Rahmen einer Konsenskultur aufeinander zu bewegen ich gebe ein anderes Beispiel die Flughafenmediation in Zürich wo die Mediation so weit dient dass sie versucht haben es allen recht zu machen das heißt dass sie die Mediation eingesetzt haben um zu schauen wie man in Zürich den Flughafen ausbauen kann und dann ist das gescheitert letztlich am Einspruch einer einzigen Bürgerin exzertiv das waren glaube ich 35 Parteien 435 und minus 1 waren alle für eine bestimmte Resolution dazu wie Klima diesen Flughafenausbau gewährleistet wird und dann ist er nicht zustande gekommen weil eben eine Bürgerinitiative dann dagegen war das genannte Mediation umsonst gewesen in Deutschland hätten wir das anders gemacht haben wir das am Frankfurter Flughafen anders gemacht hat man nach Entscheidungen getroffen die von einer Mehrheit von der Miete getragen werden konnten wo sich die Mehrheit dann auch Rechenschaft darüber abgelegt hat was sie den Neinsagen zumuten will aber da ist noch pragmatische Vorgehen und die ausgeprägte Konsensstruktur in der Schweiz war in den Fallen hat er diese Verständigung zum Schluss gebracht dann Abstimmungs Abstimmungen zu begrenzenden Managergehälter die auch die Linke inspiriert haben mehr Schweizer als Thema mehr Demokratie bei der Frage wie hoch dürfen Managergehälter sein oder natürlich die Abstimmung hier zur Zuwanderung aus dem Frühjahr des Jahres die die Masseneinwandlung zum Thema hatte wo hier Locher mit einer Sprache die uns in Deutschland weich kriegen müde in Deutschland hier auch ein Schreck weil sie natürlich doch ich sag mal sehr bodenständig und populistisch bisweilen argumentieren aber es ist eben Zuwanderung ich hab's angedeutet ein anderes Thema weil Bürgerschaft eine andere Bedeutung hat in der Schweiz das heißt wer dazukommt und eben nicht Bürger wird also das heißt Migrant ist der ist eben stärker außen vor und auch in größeren Anteilen ich hab's eben vorgesagt jeder Viertel ist ein Angelo ohne schweizerischen Pass wo das Thema wäre und an Vertrieblichkeit aber das macht uns ein bisschen skeptisch was können die da entscheiden können die darüber alles entscheiden und wollen wir uns lohnt sich dass das mal direkte Demokratie einführt oder dass das öffnet den Populismus Haus und Hofen vor was jetzt von Befürworter direkte Demokratie immer auch wieder gebracht wird auch von Liberalen ist dass direkte Demokratie doch zu starken fiskalischer zu konservativer fiskalpolitischen Beschlüssen führt also zu einer Politik des vorsichtigen Haushalts das geht über es gibt eine Studie von Funk und Gartmann die die fiskalische Disziplin bei Finanzreferenten angeschaut hat die Hauptergebnisse stärker die Anwohner in einem Kanton selbst mit der Staatsausgaben mitreden können desto besser ist es dort um die öffentlichen Finanzen bestellen man hat sich verschiedene Kantone angeschaut Finanzreferenten gibt es nicht in einem Kanton aber gibt es in manchen Kantonen deswegen konnte man das dann auch über die Zeit 110 Jahre um die Finanzreferenten nebeneinander stellen und anschauen auch wenn es zwischen 1980 und 1999 86 Prozent Zustimmung gab bei 561 verschiedenen regionalen Finanzreferenten und so sind doch diese Finanzreferenten schon von Anfang an auf Zustimmung auch ausgestellten ausgebaut das heißt es sind keine dramatischen Summen oder im Verhältnis es sind sparsame Vorschläge die von Zeiten der Verwaltung schon vorgelegt oder von Zeiten der Politik schon vorgelegt werden sodass diese konservative konservative fiskalpolitische Ergebnisse schon auch Ergebnis sind einer Kultur die genau die sich sagt was wollen wir genehmigen und was wollen wir nicht im Schnitt sind die Ausgaben in Kanton mit automatischem Finanzreferenten um 12% niedriger und als Daumenregel haben die festgehalten je leichter es für die Bürger einen Volksentscheid gegen ein unglückliches Projekt auf den Weg zu bringen desto langsam aber laxend die Stadt Ich habe eine Frage zu diesem 86% Zustand bei wie viel Zustand würde jetzt so ein Erfolg Achso ja also nicht 86% durch das sind alle für das wäre in der Tat also das wären ja noch koreanische Werte ja klar ich wollte einen bein fragen gut dass sie da nachfragen weil es ist ja eher so eine politik dann wenn man sagt okay wir wollen ja schon ein Jahr vorgehen ganz unterschiedlich die sind ja unterschiedlich ausgestaltet also sowohl was vor laufzeiten angeht als auch was dann vor angeht die mindestens erreicht werden in der Abstimmung und in der Mehrheit wie das im Einzelnen bei den Finanzreferenten ausgestaltet ist weiß ich auch nicht das ist auch von Kanton zu Kanton unterschied aber der Winz liegt natürlich und deswegen fragen Sie zu Recht liegt natürlich bei allen direktdemokratischen Instrumenten immer in der Ausgestaltung ist das in der Frage wie sieht es aus mit den Informationspflichten wer darf welche Anträge stellen welche Diskussionszeichen werden gegeben und so im Detail das Detail macht diese direktdemokratischen Instrumente natürlich auch interessant und erfolgreich oder nicht erfolgreich gesagt ist nicht ein Finanzreferent gleich ein anderes Finanzreferent oder anders gesagt direktdemokratische Instrumente sind nicht direktdemokratische Instrumente sondern die sind sehr unterschiedlich und sehr genau anschauen was sie bedeuten und meine These wird nachher auch sagen es hängt eben auch nicht nur von der institutionellen von der juristischen Seite ab es steht im Gesetz darüber sondern wie wird es gelebt wie wird es angenommen und wie ist das Teil der demokratischen Kultur das ist ja nachher auch nicht nur die Abstimmung die dort stattfindet sondern dem geht ja ein Verhandlungsprozess oder ein öffentlicher Diskussionsprozess voraus ein Verhandlungsprozess was genau denn zur Abstimmung gestellt wird und ein öffentlicher Diskussionsprozess in dem bewertet wird der dann zu großen Lerneffekten führt gibt gibt Beispiel ich glaube ich bin später bei der Drogenpolitik oder so was ich ein bisschen nachgelesen habe wo die zuständige Dezernentin damals natürlich gesagt hat also die Schweizer waren zum bestimmten Zeitpunkt die am besten informiertesten Bürger der Welt zu Themen von Drogen und Aids nicht einfach in einem öffentlichen Diskursprozess auch am Beispiel von und aus Anlass solcher Meilensteine die direkten falschen Meilensteine eben sich verständigt haben und ich finde es eines der spannendsten Elemente bei der direkten Demokratie nicht dass entschieden wird sondern was passiert bevor entschieden wird was bisher vor entschieden wird was das beiträgt zur verhandlichen Kultur über die möchte ich jetzt reden Liberale Handlung in der Schweiz nun ich habe keinen Empiril dabei ich habe nur qualitativ was dabei aus dem Buch was Wolfgang Keudel gerade rausgebracht der Korrespondent der Süddeutschen Zeitung über die Schweiz das Buch die Besser Kölner beschreibt sein Ziel an die Schweiz und er beschreibt er an einer zentralen Stelle wie denken die Schweizer von sich selber und zu hinterlegen und ich lesen sie mir vor einfach weil ich über aller gerne geht aber auch weil da drin eine Vorstellung schrecklich dann mit ihnen ein bisschen aus ab er ist dass jeder Mensch grundsätzlich für sich selbst und seine Taten verantwortlich sein sollte ist eine Maxime die hier schon Kinder eingeimpft wird sie führt dazu dass die meisten Menschen selbst ständig das Leben gehen schreibt der kreudel und bitte dann Josef Ackermann wir haben immer das Gefühl dass wir alles alleine schaffen oder den Orger Schawinski die Schweizer sind überzeugt davon dass sie alles was sie haben sich selbst verdanken also self reliance auf sich selbst verlassen auf sich selbst geworfen sein aus sich selbst heraus Verantwortung zu übernehmen für die eigenen Taten und für sich selbst das führt durch in der Krankenversicherung die wesentlich bereiter ist um Kosten von selbst beschuldeten Unfällen dann auch weiterzugeben an dem der Unfälle selbst beschuldet hat also beispielsweise Leute die gegen Alkoholverliftung ins Krankenhaus kommen und die Leute wir rechnen dass sie einen größeren Anteil übernehmen müssen dass es nicht so ist die solidarie menschen zentrum misskrank wie Covernig in der Sterbehilfe ganz deutlich am Thema von Hans Kühn wir haben auch ein aktuelles Thema bei Hans Recht auf ein selbst bestimmtes Sterben die vor allem Buch freigelebt wo er für den Freitod wird oder wo er sagt wir haben ein Recht auf Freitod das heißt wir die wir das Leben selbst verantwortlich bestimmt haben wir dürfen auch den eigenen Tod bestimmen in Deutschland also in der Schweiz das ist deswegen Organisationen die zum Teil Tourismus zu groß gesagt haben die einen Reiseverkehr nach der Schweiz auslösen Menschen Empfang um sich von der Organisation Exit in dem Fall helfen zu lassen aus dem Leben zu kommen mein Großvater in der Schweiz er hat selber mit Exit seine Alkentode in die Hand genommen der war in Zürich Professor also das ist was was durchaus eine Offenheit für Sterbehilfe da ist die in Deutschland jetzt das diskutiert aber die Schweiz und die Niederlande wesentlich ich zöge liberalere Lösungen haben weil das wäre zu diskutieren was liberal ist genau bei der Sterbehilfe aber auf alle Fälle tun eigentlich als Leute die die Verantwortung für das haben was sie dafür tun ich will zöge partnerschaftlich zu sagen aber man hat ihnen mit Metadon mit Fixerstuben und so weiter Räume geschaffen wo sie der Sucht in weniger gefährlicher Art und Weise nachgehen können und wo dann natürlich auch Hilfe angeboten wurde da raus zu kommen aber das ging nicht nur zu Metadons so weit das zum Teil auch besseres Heroin bereitgestellt wurde das ist schon ein sehr pragmatischer Ansatz über den man diskutieren kann aber der natürlich auch davon ausgeht dass auch ein Drogenabhängiger selbst verantwortlich ist für das was er tut deswegen dann nur in bestimmten Nähwischen wir können ihn davon nicht abbringen oder wir können ihm nicht ins Gefängnis stecken sondern wir können ihm helfen ungesunden Begleiterscheinungen zu benutzern also das sind so Beispiele wo sich sowas oder wo Fürworter dieses Argument sagen wird zeigt sich dieser Kurs der Selbstbestimmung Selbstbestimmung zeigt sich eben auch natürlich Selbstbestimmung heißt politisch gesagt Mitbestimmung und Mitbestimmung heißt ich darf bestimmen wer dazu gehört also wer eigentlich noch mitbestimmen darf wer noch ein Bürger ist wer noch ein Stimmlechter wer ein Gleicher ist wenn ich einen Fremden habe der zuziehe dann muss ich eben entscheiden können und zwar restriktiv ist ein erschwerter Zugang ob der dazugehört oder nicht ob der die schweizer Staatsbürgerschaft eintragen wird und das Staatsbürgerschaft der Schweiz gilt als respektiv es wird nur über Gemeinde und Kantonsbürgerrecht vermittelt das heißt die Staatsbürgerschaft der Schweiz nicht beantragen kann auf dem Amt sagen kann ich ein Schweizer werden sondern ich muss in meinem Ort und dann im Ort im Kanton beantragen dass ich Mitglied einer bestimmten Gemeinde werde und das Bürgerhaus und dann kriege ich auch die Staatsbürgerschaft das heißt die Staatsbürgerschaft geht von unten nach oben und konsequente Wahrheit ich hatte es Ihnen ja schon gesagt 8,2 Millionen ohne Schweizer Bürgerrechte 24% das ist schon ein enormer Anteil 24% ohne Schweizer Bürgerrechte sind wie gesagt wenn man es umrechnen würde auf deutsche Verhältnisse wären es 20 Millionen Ausländer Einwohner ohne deutschen Hass in Deutschland und es sind real etwa 8 oder 4 es gibt auch 8 Gemeinden es gibt noch wenn Sie das kennen Landsgemeinden Landsgemeinden sind ganz ursprünglich die Form von direkter Demokratie in der Acht in der Wohnen ist bekannt geworden und notorisch deswegen weil sie das Frauenrechte erst vor wenigen Jahren eingeführt haben bis dahin nur Männer in ab und Zeit in der Runde das Wahlrecht hatten in ihren Landsgemeinden und die Landsgemeinden waren veranstaltet oder eine Landsgemeinde veranstaltet wenn an einem Tag im Juni sind alle auf dem Wahlplatz treffen und dann alle wehrfähigen Männer in der Regel natürlich und auch Frauen aber nur auch mit ihr Laffen dann hinschauen und dann werden demokratische Beschlüsse gefasst werden vorgetragen hier von den Konorationen und das Ganze hat eine sehr ständig für Zünften her geprägte Kultur die sehr traditionell ist wo ein Festtag für die Gemeinde ist wunderbar das anzuschauen ist ein großer Umtrieb ist viel Musik und dann treten alle auf Uniform gehen auf den Marktplatz und dort wird abgestimmt aber es zeigt eben auch dass diese Bürgerschaftlichkeit diese Demokratie ist ein Festtag für die Demokratie aber eben kein Festtag für die Demokratie wie wir uns vorstellen jeder Mensch egal wer es ist hat ein Wahlrecht man muss sich qualifizieren dafür ein Bürger zu sein ein Mitglied dieses Demos dieses ein demokratisches Stimmrecht und das ist sehr voraussetzungsreich und darüber entscheiden die sehr restriktiv wer darf damit laufen ein Fremder ein zugezogener bis der mal anerkannt ist das ist schwer und in Deutschland ist es vielleicht einfacher weil der ein Staatsbürger ist aber Staatsbürger einfach werden kann ohne Zustimmung der Gemeinde ohne Zustimmung ist auch das ist eben gar nicht möglich jetzt ganz gemeint gibt es nicht so viele ich immerhin das will Ihnen nur dieses Bild zeigen um zu zeigen wie Gemeinden natürlich von ihren eigenen Traditionen geprägt sind und wie Gemeinden sehr vorsichtig sein können mit der Verlangen der Staatsbürger Rechte mein Großvater hat auch selber erlebt in Zürich hat etwa 20 Jahre in Zürich gewohnt war Professor und nach dem Willen des Unipräsidenten die Schweizer werden weil es damals auch Quoten gab an der Uni er ist dann entschlossen er war ein deutscher Staatsbürger ausgewandert amerikaner geworden und hat sich schwer damit noch mal eine Staatsbürgerschaft zu beantragen ging also aus am beantrag das und dann sei es eben ein Bürokater der das unendlich schwer gemacht hat und zwar so schwer dass er das abgebrochen hat und dann werde ich eben nicht Schweizer Bürger obwohl er im Herzen sehr der Schweizer Land war für den Org zu der Lebensregel den er gefunden hatte aber es ist eben schwer dazuzugehören und es zählt zu dem republikanischen Element zu der Vorstellung dass Bürger sein auch eine Gemeinschaft voraussetzt eine Gemeinschaft der Freien aber eben Gleichen die dann die Freiheitsrechte auch genießen und der Zugang dazu der ist schwer der ist schwer der ist fast zu staatlich ja soll ich in der Frage ne ich hab mich gefragt also das ist mir jetzt nicht so wenn Schweizer umzieht dass er automatisch ja ich glaube er muss dann schon sein Bürgerrecht mitnehmen oder umlegen also aber hat er nicht die gleiche wenn er frisch und ich weiß nicht 24 Leute die nicht mit entscheiden können aber sie trotzdem auf den steuern mit die gesetzen ist ja eigentlich schon Demokratie auf auf kommen da aber bewahren sie es auch für die diskussion ich muss noch ein bisschen scheiden weil ich merke schon bei meiner Stunde hier das schweizer Milizsystem auch ein republikanisches Element die schweizer die leint republik in das heißt eben dass die der ehrenamtsanteil an der erhebung öffentlicher aufgaben sehr hoch ist das heißt öffentliche aufgaben öffentliche ämter werden in der regel ehrenamtlich ausdrückt oder wahrgenommen parlamente werden als milizparlamente oder als halbberufsparlamente verstanden das heißt dass auch die parlamentarier eine andere Aufgabe haben die sind keine Berufspolitiker in der Mehrzahl es verändert sich auch die Anzahl der Berufspolitiker steigt aber in der Mehrzahl und traditionärerweise wird Politik eben als etwas zusätzliches verstanden nicht als Beruf sondern als ein Ehrenamt sozusagen deswegen sind auch Bundesleite äußerst unprätentiös unterwegs gelten einige Fragen an der Trump die kann man gegen ganz normale nahbare Leute die Grundidee in so einem Militsystem ist immer dass es einheitlich von Bürger und Soldaten und nicht sonst natürlich das sind auch der Militärdienst einer wo der eigentlich aus Zivilisten besteht die dann wochenweise zu Soldaten offizieren werden und dann wieder eingezogen werden und einen regelmäßigen Dienst an der Wache leisten und sich weiter fortbringen die schwarze Armee ist groß aber sie besteht in der großen Mehrzahl aus Zivilisten da bloß gibt Vorschläge zu sagen Mensch wäre das nicht eine Idee für Europa dass man diesen Dienst leistet an Europa vielleicht nicht unbedingt einer Waffe aber sozial dient der nicht können wir hier nicht quasi eine Einheit herstellen von europäischen Bölkern die sich in der Sache in Europa vermut machen kann man nicht dieses System können wir eigentlich mehr ausholen rausmelden das ist ein Vorschlag in der Diskussion wo wir Deutschland gerade den Wert jetzt abgeschafft haben aber ich notiert haben weil Europa die Frage was kommt von Europa Land und es kommt natürlich auch immer wieder zu Interessens Kollision wenn sie vor Ort in der Gemeinde ist besonders groß wenn sie da Rechts fragen dann steht ja möglicherweise auf der einen oder der anderen Seite das heißt ein Arzt der sich um die medizinische Versorgung in der Gemeinde kümmert der hat natürlich Interesse soll also das ist nicht die Trennung sozusagen von der Ruf der Schweizer also das habe ich hier der ömlikanische Elemente der Wahlspruch der Schweizer unus pro omnibus omnis pro oder also einer für alle für eine zeigt eben diesen engen Konnex der Einzelne ist was er ist eben durch eine Gemeinschaft also als Liberaler kann man das kritisch hinterfragen ob nicht zu viel Gemeinschaftsvoraussetzung nicht zu viel normative kulturelle Voraussetzung ist was du sein musst wie du dich qualifizieren musst als Schweizer Bürger bevor du diese Freizeit genießen kannst Rechte und Pflichte ist Dr. Karl Schmidt ein Beobachter Schweizer Gemeinschaftsrecht und Pflichtbegehörungen zusammen Teilhabe 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 der Bürger nimmt also muss er auch gegen übergesetzlich verlangtes hinaus steuern wert das heißt übergesetzlich verlangtes hinaus gibt es etwas was wir vom einzelnen Bürger erwarten für streng liberale also wie sagen also inslegales reicht es da muss nicht noch der Rest moralische Ansprüche haben oder sittliche Ansprüche daran wie sich jemand bewähren muss als Bürger aber das ist eben eine Diskussion die ich nachher nochmal fokussieren an meinen Teil ist